Musik Unsere Tochter hatte sich vor kurzem mit den biblischen Namen Gottes beschäftigt, so wie Gott sich in der Vielfältigkeit in der Bibel vorstellt. Und dann hat sie sich hingesetzt und hat alle diese Namen auf einen Bilderrahmen aufgeschrieben. Und dann steht da Yahweh Jireh, Gott unser Versorger oder Yahweh Shalom, der Gott unseres Friedens. Und immer wenn ich dieses Bild sehe und die Namen sehe, dann führen sie mich dahin, dass ich Gott anbete und sage, Herr, ich danke dir, dass du dich in meinem Leben so vorstellst als Yahweh Jireh, der Herr, der mich versorgt, der einen Blick in mein Leben hat, der einfach mein ganzes Leben sieht, der diesen Lauf, von dem Paulus im Neuen Testament spricht, der diesen Lauf sieht, der diesen Lauf begleitet, der mich anfeuert und der mich zum Ziel bringen wird. Oder Yahweh Shalom, der mir Frieden schenkt, wenn es in manchen Situationen so unfriedlich in mir zu sein scheint, dass ich immer mich danach ausstrecken kann, dass ich sagen kann, Herr, du bist mein Friede. Und er legt mir diesen Mantel des Shaloms um, diesen Mantel der Zuversicht, dass er sagt, ich habe meine Hand auf dein Leben gelegt, ich bin der Garant für dein Leben, ich schaffe in dir den Glauben, ich werde deinen Glauben vollenden, Ich werde die Bestimmung deines Lebens vollenden. Und so möchte ich dir das einfach mal zeigen und dich dazu anregen, ermutigen, beschäftige dich einfach mal mit den Namen Gottes, die in der Bibel aufgeschrieben sind. Und du wirst sehen, dass da ein Reichtum ist, eine Fülle ist von dem, was Gott ausmacht, was er in deinem Leben sein möchte. Gott ist nicht ein ferner Gott, sondern er hat sich offenbart. Er hat uns seinen Namen zur Verfügung gestellt und er ist in Jesus Christus in dein Leben gekommen. Und er möchte, dass du in dieser Beziehung zu ihm wächst. Alles das, wo wir einen Namen haben, das bekommt eine ganz persönliche Beziehung. Und so möchte Gott sich dir vorstellen. Er ist dein Versorger, er ist dein Arzt, er ist dein Friede, er ist dein Alles, was du in deinem Leben brauchst. Ich wünsche dir, dass du weißt und erfährst und erlebst und einfach erfasst, Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!